Herausragende Ideen beginnen oft ganz klein. Bis der Funke überspringt. Sie wachsen und entwickeln sich weiter. Sie überwinden Hindernisse. Sie lassen sich nicht aufhalten. Ideen können überall wachsen. In der Forschung finden sie alle ihren Platz, ihren Raum für Innovation. Hier können sie zu Pionieren werden. Wie Josef Penninger, der mit seiner Genforschung die Behandlung von Krebserkrankungen grundlegend verändert. Oder wie Hedi Lamar, die Erfinderin des Frequenzsprungverfahrens, legte schon in den 40er Jahren den Grundstein für Bluetooth- und Navigationssysteme. Oder wie Birgit Sattel, die mit ihrer Forschung auf dem Gebiet der Mikrobiologie dazu beiträgt, dass wir unsere Umwelt mit jedem Tag besser verstehen. Denn Forschung beeinflusst nicht nur das Hier und Jetzt. Was heute unmöglich scheint, kann morgen weltweit Realität werden. Deswegen fördern wir zündende Ideen. Der Huschka-Preis der B&C Privatstiftung